Ja, da bin ich wieder und gut, dass ihr gerade nicht meine Schwester gehört, was sie gerade gesagt hat. Ähm, drei Stück ist nicht viel, ne? Boah, was? Nein, leider nicht. Weißt du, wie sehr ich das machen würde? Aber eigentlich scheint es ziemlich einfach zu sein, ich muss ja noch zwei Dinge erholen, glaube ich, und? Und dann, ja, ich glaube, da, ah, warte, da muss ich irgendwie hoch. Sicher bin? Und dann habe ich ihm die auf die Kugel. Ich habe auch drei Kugeln dafür. Mal gucken, was passiert, wenn ich eine fettere Kugel nehme. Ich glaube, nichts. Ach, egal. Jetzt habe ich drei. Ja, hier sind wir wieder. Puh. Das war knapp. Gott. Und seine Wege, die halt nicht gehen, die bahnt man sich einfach mit diesem Lila-Marker, äh, Lila. Ne? Schönen Lila-Kader hat mein Marker, ne? Mit einem Orangen-Marker einfach. Fertig, ja, auch. So gut ist es hier. Ich würde mal sagen, ja, die, die hört hier kein Mensch außer mir. Könnte da froh sein. Nein, reicht ja, dass ich die, dass ich die, ähm, knapp, dass die in einem Roll-Video mitgemacht hat. Das war ja so flage genug, oder? Ähm. Ach, leck mich, du Hippie. Ja, wer dich haben? Fünf Minuten für nichts. Jetzt ist mein Schloss, da wäre ich wieder weg. Aber hier nicht. Ich hab dir gesagt, das hab ich mir gehört. Nein, ich hab jetzt eine halbwegs vernünftige Strategie, wie ich das schaffen könnte. Dann können wir jetzt ganz schnell drei Dinger, den auf den Kopf holen, wieder die drei Dinger nehmen. Na, schade, nicht funktioniert. Zack. Dann sind die Strategie gemacht, drei Dinger genommen, auf den Kopf, wieder ganz schnell drei Dinger, und bitte. Oh, das ist ja noch ein Problem. Ich kann wieder, weil dann wieder drei Dinger nehmen, wieder schnell auf den Kopf, drei Dinger nehmen, wieder schnell auf den Kopf. Gott. Gott. Jetzt kann ich dir natürlich hier nicht, wenn ich da ein Dinger machen kann. Das sind vielleicht immer Dinger. Oh, 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 oh. Ich nenne es Tinten-Packen. Ja, Tinten-Packen. Ja, Tinten-Packen. Nein. 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 Wir können hier, wie ein Darmisch. Ich bin vor allem nur vor dem Kopf. Ich glaube, ich muss das weiter verlangen. Klappbrennchen. Klappbrennchen. Stornen. Klappbrennchen. 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 Oh nö! Ist immer noch nicht tot! Und der kotzt immer mehr. Soll ich den denn noch reinkommen lassen? Ja! Endlich! Und ich glaub ich... Ich weiß jetzt nicht ob ich noch... Ach egal, mach ich halt eine längere Folge raus. Bin ich fertig? Jupp! Ja, da sind die Credits. Und äh... Ja, das war's dann mal wieder.